Dass dann solche Dinge passieren, wie das jetzt zum Beispiel der Fall ist in Borussia Dortmund mit Dembélé und Aubameyang, das ist natürlich sehr kritisch zu sehen, weil die Vereine, die die Spieler aufnehmen, die müssen sich natürlich auch damit auseinandersetzen, dass die gleichen Spieler das irgendwann mit ihnen selbst auch machen. Und deswegen, ich fordere keine Solidarität, das wird es nie geben. Aber ich fordere schon, oder bin auch der Meinung, dass die aufnehmenden Vereine schon mal darüber nachdenken sollen, solche Spieler zu verpflichten. Ich würde es, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ablehnen, weil das ist nicht richtig, das ist nicht korrekt. Und das ist auch ein Mannschaftssport, wo man nicht nur egoistisch seine eigenen Ziele verfolgen darf und soll, sondern wo man erstmal den gesamten Klub sehen muss und auch die Mannschaft, die Fans natürlich. Weil wir müssen auch aufpassen, dass nicht irgendwann die Fans uns den Rücken kehren. Das heißt auch eben, wenn ich lese, dass zum Beispiel Arsenal sportlich in den letzten Jahren nicht besonders erfolgreich waren, aber die Eintrittspreise exorbitant in die Höhe gegangen sind, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, dann sagt der Fan irgendwann, nein, das mache ich nicht mehr mit. Und da müssen wir aufpassen, da müssen wir auch in der Bundesliga aufpassen, dass das Verhältnis stimmt. Wir haben das ja schon erlebt in Anderlecht, auch zu Recht, dass unsere Fans die Eintrittspreise kritisiert haben, weil das ist ja nicht mehr bezahlbar für die Menschen. Das ist ihr Hobby. Die fahren da von München nach Belgien und unter Umständen dann nehmen sie sich noch einen Tag Urlaub zum Champions-League-Spiel und die Eintrittspreise sind 100 Euro. Das ist unverstehbar, also nicht akzeptabel. Und so ist es auch nicht akzeptabel, was einige Spieler im Moment in der Bundesliga oder beziehungsweise in dem Profifußball veranstalten. Coutinho ist ja auch ein ähnlicher Fall, obwohl das eleganter abgelaufen ist.